Wir präsentieren die WDR 4 Schlagernacht des Jahres 2013 in Köln. Erleben Sie die Stars des Deutschen Schlager in einem sechsstündigen Mitmarathon. Andrea Berg, Helene Fischer, Semino Rossi, Michelle, Andreas Gabalier, Matthias Reim, Anna-Maria Zimmermann, Nick P., Charlie Brunner. Durch das Programm führt WDR Moderator Stefan Verhassel. Eine der größten Schlagerpartys Europas. Wieder live in Köln.